hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen folge seven days to die karma jäger mit aldua des pro regenbogenbaus mit 96 passend danke für den fall auch mittag ist essen mit der essen ich glaube da lang ein paar ich glaube ein habe ich auch mit dazu geschmissen okay jetzt habe ich trotzdem schon den platz geschaffen okay ich könnte mal wieder meine 77 auf ich habe noch 2000 und stecken gerade also ich sage immer woodlock iron scrap und zum auf und zum aufwerten nix passiert und dann drücken wir mal er ob irgendwas mit reinpasst kommen gerade mal aufwerten und hat nebenbei noch was angestellt hat 20 dafür sind gut dabei ich werde immer jung zumindest in deinen träumen ja man muss einfach nur das kind in sich behalten ein stachellert falsch gesetzt wie kannst du wie kannst du manchmal ist es aber echt ein bisschen blöd und springt das hier wirklich durch die gegend das ist richtig mein lieber war lisa ich lass dir mal was fallen ja eine bemerkung das und der rest ist noch gerade in mache die sind alle aufgewertet naja das ist gut ach so ich kann hier direkt anfangen zu setzen du kannst direkter anfangen zu setzen wieder dann kann ich auch hinterher aufwerten wieder 900 und habe ich noch ein paar kann ich auch ich werde mir ein bisschen eisen besorgen hier sind ja diese metallschuppen einfach zerkloppen ich sitze lieber etwas langsamer dafür setze ich keinen irgendwie zwar mehr beieinander oder so alles gut ich habe eh nichts mehr zum aufhören ach was aber ich kann dir wieder was fallen lassen das ist schade weil achso ne die spikes sind alle gesetzt passt wir haben ach nee doch hier ne ne da hinten fehlen noch zwei stück ja ich lass dir mal was fallen die könntest du ja aussetzen einmal die ne ich hole dann gleich schon äh eisenwing aufwerten und restlichen stacheldraht ok dann geht das flodder flodder wie bei flodders irgendwie habe ich gerade kein sound mehr kein ingame ok 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 Error Oh mein Gott 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 Sorry sorry Mein Internet war weg Läuft der Stream noch? Der Stream ist weg, den musst du Aber ich hab sie gerade kurz Ich hab ihn gerade gerufen, dass es gleich weiter geht Wieder verbinden erfolgreich Was denkt ihr, wieviel Stacheldraht ihr noch braucht? Also aktuell könnte ich 60 machen 10 Ach nur 10 Oh ja So ich hoffe ich bin jetzt wieder zurück beim Stream Und jetzt muss ich gleich mal gucken Ich drück mal 5 eben Hat auch keiner beantwortet Das muss nur das Internet einmal kurz ausfallen Ja ich krieg Werbung Läuft wieder Das ist gut Ja das ist schön, dass du wieder dabei bist Bei die 4 und 4 Den hast du ja eben nicht mitbekommen So schnell bin ich Hast du dein Internet jetzt per Hand angekurbelt, weil du so schnaufst? Ne, ich musste runter sprinten, weil unten Ah der Router Ja nicht mal der Router Router ist es ja nicht mehr Das ist so ne Box von United Media Da läuft das alles rüber Und die ist unten Bis ich mit meinem Bänderriss unten bin Mhm So Server verbinden Ja Hättst mal ins Bild nehmen sollen Oh, da kommt ne Wanderhorde auf die Bunke zu Okay, ich hab hier ne Schreierhorde Ne, ich hab alles neu gemacht Komm Leute Läuft nicht Ja, kann nicht angehen hier Jetzt bin ich aber stinkig hier Hey Schwester, hier bin ich Hä? Oh, mein Bot ist noch nicht wieder an Wanderhorde ist so schön Wanderhorde ist so toll Ach du machst den schon, okay Ich kümmere mich mit rum hier um die Horde Kann ich ja das Eisen abliefern gehen So langsam merkt man aber echt den Skill, der hochzieht Ne, jetzt brauchen sie schon fünf Schläge Halleluja Ach da hinten Wow, wie das aussieht Die, die Drei Damen Oh, ich dachte eben schon Die drei Damen, die waren jetzt so schön angestrahlt hier von Despro Drei Damen vom Grill Ja, die drei etwas kräftiger Ja, die drei etwas kräftigeren Schade, keine Ausdauer mehr Keine Ausdauer mehr Und tschüss Ach, das war ja gar nicht so viel Ich hab noch nichts gelootet Also wenn noch jemand kann, könnt ihr eh noch ein paar von den Iron Spikes da aufwerten Ja, kann ich Ich hab jetzt so 2000 wieder einstecken Durch das eine Aus Ist unschwer zu erkennen, auf welchen Seiten Weil genau der Teil noch fehlt Der Rest ist fertig Ich nehme an, dass hier vorne, wo die Lücke ist, die zehn Stacheldrahte fehlen Na, warte Ja Und hier fehlt noch einer bei mir Also auf der anderen Seite fehlt auch noch einer Den habe ich gerade nicht mehr gehabt Hat noch genau sieben Wo war ich denn jetzt bei? Eigentlich wollte ich doch jetzt gerade Eisen holen, oder? Das hat mich jetzt gerade voll rausgeworfen Ja, ich bin gerade schon Ausgelassen, ja? Jetzt haben wir hier Gut The party is on Okay, super Ja, sind's alle Was? So, Well, wo ist dein Loch? Wollte ich jetzt gerade Well, wo ist dein Loch? Dein Loch Ja Das ist so Schwierig Ist schon so Es fehlt doch immer genau einer Letztes Bike Fertig Jawoll Das sieht doch schön aus Das sieht doch schön aus Und wem darf ich jetzt das Eisen auf die Backe drücken Das nehme ich Das nehme ich Da liegt's Da liegt's Boah, da ist ja gar nicht mehr so viel Ja, das war ja auch erst noch nicht ganz die Hälfte durchgelaufen eben War's nicht lang genug weg, es tut mir leid Haha, ich war nicht lang genug weg Willst du die, die so bei Reischern eigentlich kommen? Hört, ich gleich brauche erst mal eine Zigarette Boah Ey, ey, ey Ich geh mal ein bisschen Ich geh mal ein bisschen Ich guck mal hier ins Haus Und loot Oder sowas Weiß nicht Ja Vielleicht war hier noch keiner drin Kann ja sein Oh, hier war noch keiner drin Ich glaub so viele So viele Häuser haben wir gar nicht Ich mach das immer so, damit ich's besser unterscheiden kann Da, wo ich drin war, mach ich alles platt Ja Ja, oder die Zombies machen nicht platt Mir steht dafür gewöhnlich auch kein Sofa mehr, kein gar nix Achso, ja Eigentlich reicht's ja, wenn die Türen kaputt sind Das, daran merkst du's ja schon Also bei mir ist das eine verlässliche Größe, weil auch offene Türen Wissen wir ja, ne? Ja So, ich such dann mal ein bisschen Federn Obwohl die Zombies natürlich die Türen auch so gerne aufmachen, ne? Jo Ah, Scrap-Boot-Schematics Die bringe ich euch mal mit Mhm Da muss der Despro mal gucken, ob er schon kann Genau Oder sonst verdickt er die halt irgendwie Die bringen ja, glaub ich, ganz gut Geld Die bringen gut Geld, ja Obwohl die nicht 50 nur Also bei mir jedenfalls 50 Bei euch wahrscheinlich schon mehr, aber Ja, wenn, dann auch nur bei Despro Ja Der einzigste, der da Skill drin hat Aber ich weiß nicht, ob ich hier eigentlich schon verkaufen war Äh, ich weiß, dass ich aber noch anfinziert bin Na, wieder Weiß ich jetzt auch gar nicht Oder? Die letzten Iron Bar sind jetzt auch gesetzt Alter, die Verteidigung schaut von oben mal richtig geil aus Oh, ein Fab, ein Maljournal Oh Ist schön Das bringt nachher wirklich mehr Kohle Das bringt mir jetzt 40 Aber in meinem Solo wird es mir 120 bringen Das ist schon ein Unterschied Mhm Oh, dass ich eine Wrench dabei habe Nochmal Äh Sobald du den Barter so ein bisschen hoch hast Dann merkst du den Unterschied extrem Immer noch, okay Zwei mechanische Teile noch mitgebracht Das ist schön Habt ihr Loot Respawn eingestellt? Ne, ne? Äh, ja Auf irgendwie Irgendwie, keine Ahnung, wie hoch Also ich überlege Ich kann sonst auch den Aktenschrank abbauen Hier irgendwo so Aber dann lass ich den sonst Kannst du trotzdem machen Oh, ist nicht so wild Das hab ich nämlich noch nie gemacht Jetzt dachten wir, probier ich das mal aus Ob der jetzt was dabei rauskommt oder nicht Der sollte ja mechanische Teile haben eigentlich, oder? Ja Eigentlich schon Der Glück kommt auf die Range davon auch War nix drin Unglaublich Ist, ist, ist Sauerei Aber echt Hier schon wer? Da bin ich schon voll Hübsch Very hübsch Ups Kopf ab Machen wir mal einen schönen Screenshot Von dem Kopf ab? Nö, nicht ganz Ja, ich hab hier grad so ein Zeltlager gefunden Auf meiner Nester-Suche Ich muss doch eigentlich, ja Ach, warum sind denn die Rucksäcke alle leer? Wow, hier sind gleich drei Stück auf dem Dachboden Unglaublich Drei Zombies Gut, dafür hast du ja auch Häuser, wo es keine gibt, ne? Ach man, das kann ich ja mal weggeschmeißen hier Gar nichts gerade Ach doch, den Koberhut Ich hab so viel Krams mit dabei Hier ist noch eine Taschenlappe Die würde ich gerne mitnehmen Da müsste ich aber Kaka hier lassen Oder neuen Papier Kaka musst du mitnehmen Kaka immer mitnehmen Kaffee Zwei Short Iron Pipes Die werde ich squirpen sonst Nimm ich dir die Taschenlappe mit Was ist denn Bild? Und dann ist hier bestimmt noch irgendwas Schönes drin Ach, warte mal Und die eine Blaubeeren haben wir schon Habt ihr schon? Ja, einige Okay, dann kann ich die ja Dann esse ich die Die kannst du essen, ja Wir haben glaube ich noch Ja, 208 hier oben Alles klar Das ist okay Wo ist hier noch wer? Au Wenn du mich stunzt, dann nehme ich dich auch Oh, 17,9 Millimeter hat er dabei gehabt Das ist schon mal schön Und dann steht hier noch ein Save Den mache ich jetzt immer nicht auf Weil, ne Kein Skill der dann 142 Farbe ist hier auch noch Die muss ich aber hier lassen Also wenn jemand mal Kurz auf dem Kaka gucken will Wo ich bin In dem Haus ist ein Save 800, 900, 900 Da unten Ja Bumm auf dem Dachboden So ein großer Waffensafe halt, ne Aber den mache ich euch jetzt nicht auf Das wäre blöd, wäre das Weil dann ist garantiert nichts Gutes drin So Mach ich Mach ich morgen gerade 21 auf 15 So nebenbei Oh Upsi Nur damit alle Bescheid wissen Gut, dass du es sagst Das ist schön Okay Das haben wir da Das haben wir da Das haben wir da Oh Davon haben wir gar nicht viel Wo muss ich überhaupt hin? Ach da Dann gehen wir mal hier zurück Und hoffen, dass wir hier noch ein paar Nester finden Eine Kreischerin in der Nacht Wir waren lustig Haben wir öfter Aber die verrecken halt immer gleich in den In den Spikes Ach ja, stimmt Verstand So Mittag ist voll Die Taschenlampe Packe ich mal zu den Waffen wahrscheinlich Denke ich mir mal Genau Über der Werkbank Die linke Kiste Da haben wir schon welche liegen Dann pack ich da auch die Schematik in die rechte Kiste rein Für die Genau Weil da liegen jetzt so ein AK-47 Schematiks drin Und dann kann ich ja das Farblehrbuch da auch reinpacken Genau Ja Da werden wir auf jeden Fall alles finden So Jetzt haben wir noch sechs Öl Zwei Papier Mechanische Teile Oh mein Gott Es ist ja gleich 10 Uhr Und ich renne hier noch draußen rum Ah Nein Mausi Oh Gott Mutig 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 Mami Hi Ja Blaubecku Wo sammelt ihr Konservendosen? Äh Auch in der Nahrungskasse Notfallreserven Oder zur Ölgewinnung Ne Da waren aber Eben genau Ja Genau deshalb Da waren aber gar keine drin Ich hab jetzt drei reingepackt Ich hatte Über der Schmelze in der Kiste Hatte ich auch welche liegen glaube ich Okay Ah die werden nur eingeschmolzen Dann du pass auf Ne Das eigentlich nicht Ich hab hier jetzt rübergepackt In die Lebensmittelkiste Ja Achso Wo kommt bisher der Kacker hin? Äh Lebensmittel unterreich Oder habt ihr den jetzt woanders hingepackt? Natürlich Total logisch Ja Eigentlich Eigentlich in meinem Kühlschrank Aber Äh Zuhause Lebensmittel Aber da lag bisher keine drin Das kommt mir nicht richtig vor Ich guck gerade mal Oder hat da jemand genascht? Das was oben in der Mitte ist auch Wir müssen jetzt einen Cliffhanger machen Wir hätten hier raus Wenn die Kacke da ist Muss ich auch wieder Genau Den zu beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss